ARD Text im Auftrag von Funk Auf die Schwanze! Aus der Jungfurt! Heute uns rein auf die Gitar-Vortrag einweisen und heute unser Max-Tag-Sponsor. Dankeschön, der Abloh und willkommen! Schiedsrichterweiter, Manuel Südengrüber, assistiert von Roland Brandner, von Andreas Rothmann, vierter Verzähler Stadtverlust von Maxis und die Bigger Assistant Breakfast sind heute Gitar-Bugnamer und Stefan Dichter. Wir sehen uns heute, dass die Gitar-Vortrag einiges entspricht, aus dem Job einiges anzuwenden, der Kampelska-Alein und Winsall экономische Altria. Wir nutzen unsere Gitar-Vortrag, und wir nutzen unsere Gitar-Vortrag, Ja, wie schön denn die Fäden, ja, die Flügel. Die Flügel, das ist so, ja. Man kann da nicht mehr, es geht um Akku. Ja, man kann mal tauschen. Ja, ich hatte schon vorher die Weisung, es war ja nicht mehr, wenn man sich holen soll. Ja, wir haben die Flügel. So, was man breit ist, ein Auto. Da ist es unerőtt, aber du kannst nicht damit cool halten. Super, wie in der Flügel auch bleiben. Auch ein Leisen, was wir extrem ausprobieren. Musik Und damit es jetzt hier gleich auch unsere Ehrenamtkind heute mit Nico Sutton, zehn Jahre jung, der siehntausendste Mitglied des NSC-Potino-Stundlands. Holze Werde von Nico, wir hier gleich! So ein Applaus für Nico! Auf die Schmerzen, sehr schön! Ein Auftakt bei Masi, dieses Spiel, die sechste Stil-Minute, das 1-0 für den NSC-Potino-Stundlands. Und wir fangen an unseren Vorschlägen mit dem rechten Hammer und der Rücken beim 28, Dhabi! 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 Doppelschlag das 1. Pöckling in der Stundland! Das acht Bespielnirte, wir laden unsere Täuschung für den Streit zu nehmen, unsere Räderinchen Nummer 11, Mangel ist on fire. Mangel ist on fire, Mangel ist on fire, Mangel ist on fire, Mangel ist on fire. Mangel ist on fire, Mangel ist on fire. Wir sind begeistert, das sind große wirrakte Zeitung. Der Weltplan ist auch, als ich gut aufgenommen habe. Der Weltplan ist auch, als ich gut aufgenommen habe. Der Weltplan ist auch, als ich gut aufgenommen habe. Der Weltplan ist auch, als ich gut aufgenommen habe. Der Weltplan ist auch, als ich gut aufgenommen habe. Der Weltplan ist auch, als ich gut aufgenommen habe. Der Weltplan ist auch, als ich gut aufgenommen habe. Der Weltplan ist auch, als ich gut aufgenommen habe. Der Weltplan ist auch, als ich gut aufgenommen habe. Der Weltplan ist auch, als ich gut aufgenommen habe. Der Weltplan ist auch, als ich gut aufgenommen habe. Der Weltplan ist auch, als ich gut aufgenommen habe. Der Weltplan ist auch, als ich gut aufgenommen habe. Der Weltplan ist auch, als ich gut aufgenommen habe. Der Weltplan ist auch, als ich gut aufgenommen habe. Die Weltplan ist auch, als ich gut aufgenommen habe. Der Weltplan ist auch, als ich gut aufgenommen habe. Ich kann mich aufoten, als ich gut aufbet renovate. Der Weltplan ist auch, als ich gut aufgenommen habe. Der Weltplan ist auch, als ich säga. Ich verstehe! Evenere? Oder? 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 Et starle an Passport zugestellt! Oh, hey, oh, hey, oh hey! Et starle an Passport. Geh! 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 Geh!